Hallo! Hallo! Alle Kinder hier in der schönen Fluss! Ja! 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 Ich mache jeder nicht sterben! Das Militär soll im Morgen ein Schutzgebächt sein! Deine Moller hat keine neuen Gleisen folgt! Also gut, kriegen wir los! Mutter Seppchen! Mutter Seppchen! Warte, hier liegt noch ein... Hier liegt noch ein Bedi! Daum hast du mir schon überlegt, dass du kommst! Ja, hab ich doch gar nicht gesagt! Jema? Ja! 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 Das ist so ein Tanz, das nicht als Schmach, ey! Das ist die Leise! Der kennt das hier auch gar nicht, oder? Kennt er auch nicht! Wir hier schon 10 Millionen Zombies kommen und alle auf den Schwarzen gehen! Und dann vorrennen? Das ist der Brand Muni, oder sowas! Okay, schau! Au! Au! Hier ist Brand Muni, oder sowas! Alter, Hunter, 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 Hunter! Das ist da Splitty! Splitty Spit! Was ist das für ein Brandmoni oder so? Brandmoni, ja. Bill ist hier daneben, wie geht das denn? Keine Ahnung, wir kannten das nur. Vielleicht war Bill gar nicht der Bill, für den wir ihn gehalten haben. Vielleicht ist er ein Zombie. Oh mein Gott. Den Bill, den wir da gesehen haben, war ein maskierter Schwarzer. Das war Louis. Hi! Lass! Alter! Du! Penner! Du! Die Penner! Aua, ja, auf! Übertreib's halt gleich wieder. Ich hab mir einfach mal 20 AP weggeballert. Ich hab wegen dir auch 20 AP verloren. Gerade weil. Dabei, dabei, Bill! Dabei! Ich hab's Lust. Oh, ich bin nicht geschaut. Oh, Batschi! Das ist ein Hunter. Oh! Ewlicher brennender Hunter. Wieder so'n Feuer. Das muss, das sieht einfach voll geil aus, wenn so'n brennender Hunter durch die Luft springen. Mit dem Heinz. Iiih! Ow! Alles brennt. Da! Einmal mich einfach so Nice! Ich habe den Rift. Ich habe den Rift. Ich habe den Rift. Ich habe den Rift. Drucky. Okay, safe room. Jocky bringt Tristan safe room, nice. Das ist ja nicht so. Was war das? Boah, maaaannn. Der noch nicht hoch ist. Das ist so geil, wie die Copperpack nehmen wir. Wenn der Schwarze mit einer Feuerwehr angst. Maaaannn. Damit auch, wenn diese Names brüchen. Oh, ne Pfanne. Yes. Wunderbar, ne Pfanne. Ja! Ja! Das wird so hoch. Du bist nicht viel schlechter als ich. Immer besser, ey. Hat die meisten Kills. Ich sage... B.O.B. Easy. Easy. Ja, die S-Mission ist da voll kurz, ey. Das war heftig. Ich muss mir auch mal so'n Ulo-Dings reinmachen. Domenican. Sorry. Die Midnight Rider. Soll ich... Ich heil dich noch einmal ins... Ja, das ist schon weg. Ja, die Ding ist so jetzt genommen. Also die Brandfahrt ist halt heftig. Boah, ich hab' der voll in die Muschi geschossen, Alter. Volles Tampon verpasst, ne. Verdammt! Na auf, da mit! Hahahaha! Keine geile Kinder mit ihm gegen die... Hier gibt's Waffen. Bleiales... Bleiales Tampon, ey. Das schwerste Tampon... Hier sind Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. AK und ähm... Sniper Rival. AK ist komisch. Das Tampon, was ich ihr gegeben hat, das saugt das Blut nicht auf. Es verstopft es einfach hier drin. Es staut sich auf und irgendwann klatzt sie. Das wollte ich grad sagen. Das ist schon eklig. Hier runter! Ich hab' den Bratwahn in die Peach, ey. Was ist los? Oh, hier ist der M16. Spider-Man! Fuck, das fand ich so gut. M16? 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 Nice. Also FK, ey. Oh, Jumpy! Fagin' kaputt, Jumpin' Pfanne! Oh mein Gott! Wir fahren! Ich bin auf deiner Seite! Lass mich hier lachen! Ey, mach die Tür zu! Okay, okay. Okay, okay, okay. Eins, zwei, zwei, zwei. Ruhe behalten. Was kommt die denn jetzt her? Von oben? Aus der Decke. Waaah! 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 Alter, wie viele Leichen hier rum! Ja, lauf halt nicht vor mich! Boomer! 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 Waa! Waa! Oh, ein Tank! Was, Tank? War das nicht grad ein Tank? Charger. Im Boden hat's nur vibriert. Charger. Hier ist Ruma, Katze! Lade nah! Da! Versorg dich, Francis! Waa! Versorg dich, Francis! Waa! 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 Hör dich nicht! Waa! Waa! Ich bin ja auf! Waa! Waa! Wuu! Hör dich, Wuu! Der Boomer kotzt, den werfe ich dann auf die Winch. Oh, ich krieg hier mal ein bisschen Hilfe gebraucht. Oh, Zoe, jetzt bin ich wegen dir angekotzt. Alle auf den Schwarzen. Hör ein. Auf den der Schwarze. Jaaaa. Wo sind die Wincher, habt ihr da gemacht? Schon da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist Flash, das ist Flash. Ich hab grad meinen Molly geboren. Ich brenne. Ich hab Boomer kotzt und ich geb Boomer kotzt und. Soll wir drauf sprayen, ne? Ach nein. Wie shit. So, ich heil mich mal, wa? Ja, sollte ich auch mal tun. Ich heil mich auch mal. Oh Gott. Du brauchst ja eigentlich noch nicht, du hast ja noch Pillen. Ja, ich hab Pillen genommen. Wo sind die Witcher eigentlich, ja? Keine Ahnung, sie waren schon vorbei. Hier noch. Crowbar, ich hab einen Crowbar, ich hab keinen Bock auf Pfanne. Dann nehme ich die Pfanne. Hey. Hey. Checkt ihr in der Safe-Saw, ne doch, ne? Das ist assi gewesen, ne? Hey. Bitte mach mich hier so. Ja, healt euch mal. Ich brauch keinen Medikator. Du, Charger! Kurier dich besser aus, freshers. Ihr Scheiden genial! Ja! Yay! Wie einfach Zoe am meisten von uns geht, ey. Wie schlecht sind wir eigentlich? Ja, die hat den Ame-Bot, ey. Hey! Zoe geht voll ab, ey. So heftig. Weiß ich nicht. Aaaaah! 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 Aaaaah, Bohni! Bohni, Bohni, Bohni! Bohni, Bohni, Bohni! Oh, der ist neben mir auch ein Medikator, oder? Pauht den noch. Ich hab mal eins. Ich hab noch keins genommen, okay. Ich hab noch keins genommen, okay. Wir nehmen mich. Bündiert. Aaaaah! LADEN AF! Ähhh, gehen mal. Raus hier! Raus! Raus! Das ist ja geil, die Kuppel zerfetzt, ne? Irgendwie sich hier kloppt, ne? Prüge da im Gesicht hängen hatte. Hallo Grober! Grober! Grober ist geil, ne? Er fetzt sie richtig. Das macht so Bock! Ne, der Kuppel zerfetzt. Oh nein, hier ist ein Defi. Oder? Ja. Also ich hab so ein Branding. Da war ein Hunter, oder? Da, da, Achtung, kriegst du weg! Ja! Rekord hat den Charger getötet! Angezündet! Waka waka! Oh, weiter geht's! Komm, komm, komm! Leute, 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 weiter, 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 weiter! Robber-Action! Fire, no! Der Schwarze in seiner Hand, Frappfanne! Ja! Und BAM! Vorsicht! Jetzt weiß ich auch, warum... Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich hier so kurz bin, die Mission... Äh... Warum es hier fünf Stück geht und warum hilft mir keine Sau? Da fällt was! Das sieht man doch! Ne! Ja! Ich hab Spaß! Ey, kann man da hoch? Oh Gott! Lade nach! Ja! Oh, Tide-Bomb! Woben auch ganz, woben auch ganz, woben auch ganz... Ähm... Versorg dich, Francis! Die Gleise! Versorg dich, Francis! Ja, noch Zeit! Komm, mit Shotgun! Was ist da los? Wir haben eine Pfanne! Hier ist noch Pillen und so ein Scheiss, für den wir Pillen haben! Hier ist... Ja, ich würde irgendwo gehen, bist du, oder? Ich kann auch wohl Pillen gebrauchen... ...und... ...und... ...Bratpfanne! Fang! Jumpscare! Hier ist der AK? Hier ist ne Kettensäge! Da will ich aber nie! Ich will haben! Meins! Arsch! Ich hatte noch nie ne Kettensäge! Oh... Ja, hör auf! Ich dachte, der braucht noch... ...die Mundschleit anzünden... hinter uns Alter, wie das aussieht in der Kettensee, wie das ganze Blut auf dein Bildschirm schützt Ja, geil, ne? Oh, mach, fuck Oma,omina Polipomb Oh los Böne bitch, ey fiberbarwacht Da sitzt du, da vorne sitzt du Kommen voll draufs Beide Wollen wir eine Lamm vom Haus, was machst du denn? Boah, wie ist denn die Kräfte? Lass uns jetzt einfach da hinschillen, alle drauf vollsprayen, dann rennt Hausy halt hin, ne? Toll, hat jemand ein Medi für mich? Komm her. Okay, Hausy. Nein, ich bin nicht so wie verarzt. So. Booma kommt zur Crowbar, dann Booma kommt zu mir. Oder wo waren die? Nicht blöd, ne doch nicht. Moly, Moly. Headbomb. Ich bin jetzt zur Crowbar. Da ist Booma. Pils hier. Wow, Charger, pass auf. Was zur Hölle ist geschehen? Granate! Warum brenne ich denn die ganze Zeit? Man, ich bin doch gar nicht im Feuer. Was ist mit Triff? Verlag. Oh. Hinter dir! Hier, starte man. Geil. Go, 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 go. Jaaa, geil. Was ist denn da? Da, Alter, ist das denn dringend? Cash on, ja. Geil. Das war Lucky, ey. Safe Room. Alter, ich bin... Ja, ihr seid schon im Safe Room, ey. Ohne Witz. Ich nicht. Und dann sagt er für uns, wer gut ist. Ach, komm mal hier rum. Ich will Milikit jetzt gleich. Ja, ich brauche auch eins. Ich will auch zwei diesmal. Ja. Ich will nicht, wenn ich will. Ja. Mimimi! Mimimi! Oh, weggelebt! Oh, Alter! Voll gegeben. Hallo, Charly. Kohllo Terrorisito. Und! Komm. Ach, mach. Bis zum nächsten Mal.